Ich muss meine, äh, Spitzhacke wieder mal repareieren. Äh, Behutsamkeit gibt's auch als Schaufel, wenn man Glück hat, ne? Ja. Okay. Ich hätte aber noch eine Behutsamkeit Spitzhacke, glaub ich, eben rumliegen. Ja, aber es dauert mir dann zu lange. Ein Rex-Dem-Volkisch, ein Rex-Dem-Volkisch, ein Rex-Dem-Volkisch. Achso, muss das fallen. Interessant. Was ist denn so interessant? Dass das so, wie ich das wollte, einfach gar nicht funktioniert hat die ganze Zeit. Also, es hat schon funktioniert, aber es hat mir jetzt noch einen rausgefeuert. Also, ich habe mich ein paar Sachen, die ich nicht verweigte. Also, ich habe mir, dass das so groß ist. Und ich habe es versucht, wie es das so großartig ist. Also, ich habe mir das so, wie ich auch so großartig ist. sieben sieben ok ich versuche jetzt einfach mal alles symmetrisch zu erhalten solange es machbar ist ja 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 keine Stärke, ich belasse es dabei Au Okay, ich müsste einmal noch ein Gerüst hier bauen Lass ich meinen ganzen Berg nochmal so ein Gerüst part drücken, ich will die Decke halt nachher, ne? Ja Oh, mau Ach, er soll spitzer reparieren und Inventar ausleeren Weil ich jetzt sparen kann, ich hatte irgendwo die kaputte CD, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo die ist Weil ich hatte die schon mal in den CD-Player reingeschmissen Aber da ist sie auch nicht mehr drin Weil ich habe keine Ahnung, was das für ein Loch dort ist War wahrscheinlich eh, Jesse Hm, was für ein Loch unten? In mir im Lager Also wenn du bei dir in der Hülle meinst, ich habe da bisschen Kohle abgebaut Ne, weil wir im Lager hier, in diesem kleinen Im Haus Ab bei den Kisten Ja Aber ich bin überzeugt davon, dass da Juniko Da ist nichts drin, okay Schöne Sammlung, wa? Ne Menge Gelbe Naja Ja Hey Ne, weil wir sind noch nicht, Buddy, bitte Okay Ich habe Hintergrundmusik Oh, ein Tisch Ein Klav Wo? Hier Ja Kommt ja ein Fernseher hin? Ja Ich bin so gut Ich versuche hier irgendwie so einen schönen Raum hinzukriegen, aber Das ist wahrscheinlich einmal, wenn ich ein bisschen kreativer bin Ich dachte, dass hier oben Nicht mal so richtig an mich machen soll Also hier kommt mal Bücherregale drauf Ja Aber wie ich so richtig Raumanteilung mache Kein Schimmer Ja, und der hier ist weg Das ist die Fikurte neu Da war ein Creeper drin Was steht da eigentlich? Aha Ich glaube, da stand vorher etwas ganz anderes Egal, ich habe das Schild nicht geschrieben Kinderwicherung Ja Ah, Niklas Ja Soll ich dir mal schon mal ein Lagerkonzept zeigen? Kannst du eigentlich machen, ja, ich komme Aber du musst wissen, ich habe von eh keine Ahnung Ja, ja, das ist bisher nur optisch, also ich sehe nicht gerade viel Hast du Esseninventar? Äh, nein, aber ich habe da vorne was rumliegen, sicherlich Stellt gerne noch ein weiteres Weizenfeld irgendwo Mhm Ja, hier bei Cave, hier ist was Ja Kann ich nachher brennen Ja Mhm Also hier sind da ganz viele Kisten, ne, ja Gott Und dann kommt hier, ähm, ob man hier automatische Öfen So Und Hier kommt dann die Dachen, die automatisch einsortiert werden sollen Aha Okay Das war doch halt richtig draußen Ja Also wenn wir auch nicht Hm Selber gedanken Ich habe, danke Losziehen und nach dem Unster suchen Äh, Donner T Ja Also Charged Creeper Aber ich habe die Fikulti nur warte Ja Ja, bitte harten, Blas Dann ist die wahrscheinlich bereit, ähm, bitte kommen Ich schon Maus Hey, komm mal her, Enderman Achso, Enderman kann ja nichts machen Guck mal, der tölt sich selber im Regen Mhm Ich muss sagen, was Enderman angeht, bin schon ein richtiger Feig gegen ihn zu kämpfen Die machen so viel Schaden, ne? Mhm Oh, was ist das für ein Haus? Hm Ist das Jessys Haus, diese Steinlinge da? Ja Ah, ich gucke mir das mal an Ich finde, das ist auch ein schöner Creeper Herzlich willkommen, Jesse, steht da auf dem Schild Achso Äh, ich muss noch was vloggen Wir sind nicht mehr Wir sind bei, äh, Tag 132 und wir haben nur noch die Fikulti 3,0 bei Hard Ja, weil ich 3 gemacht habe Ja, das ist ja komisch, weil, eigentlich sollte es noch mehr sein, weil, Tag, wird schon auch lange gespielt Ja, Mensch, auf 3 Ställe ist es ja bei 3 Was er kann ich das, oder, kann ich das ändern? Äh, ja, nicht, dass ein Längermann spielt und das so... Ja, aber kann ich jetzt 3,5 mal zum Beispiel? Nein Naja, ich brem mal kurz Weißt du, ein Schwert mit Sharpness 1 ist richtig schön, Patrick Weißt du, warum? Du kannst das sehr gut abteilen mit, äh, CDs fahren Oh Gott Kommst du noch auf diese Idee? Keine Ahnung, aber, welche Sachen überraschen mich im Minecraft immer wieder Kann man ja mal probieren, weil ich noch nicht Man konnte ja auch mal CDs craften Konnte man mal? Konnte man mal Hab ich jetzt nicht mal so in Erinnerung Tatsächlich geht das mit, irgendwie, mit Diamanten und dann je nachdem Farbe irgendwie sowas weiter Ich hab mir das mal bei Youtube angeschaut Los, brennt! Nein, Spaß, weil da passiert nix Schade Schade Ach, ich wollte Spielzeige reparieren ... ... ... ... ... ... Xp, ne? Äh, doch. Ah, ok, ok. 7 Level. Ja, du kannst auch andersrum versuchen, nur einen zu setzen, um es da weniger wird. Ok. Ruhh. amal geist habe ich vorher kein schaden mehr ich habe vorher protection auf alles hast du noch ein level zum enchanten über? ich habe nur 11 was willst du? ich will mal kurz block anschauen wie war das? man kann es nie, passiert nichts, ne? ja ich nehme mal, ich lebe mir kurze cd aus, ok? ja, du hast aber schon zweimal haben wir nicht haben, patrick, haben wir nicht